hallo liebe freunde ja wir sind wieder bei spiderman ja weil meine aufnahme ein fehlschlag gemacht habe mache ich jetzt eigentlich wieder eine aufnahme ja ich hoffe das mikro ist diesmal an ich habe nämlich den level durch gespielt die aufnahme war fertig aber meine live kommentare und so haben gefehlt ja deswegen seht ihr jetzt auch der nächste gegner von uns ist hammer hat ja dann starten wir mal man das nervt das nervt sowas von wenn die live kommentare nicht mit aufgezeichnet werden night on the waterfront on the docks rats scurry about their grim business tip from felicia hardy brought me here looks like she was onto something whoa it's slipping hey look at this it's just a hunk of rock what's all the extra protection for the goblin paying you to ask questions now no no hammerhead then shut up goblin says the spider's coming after the tablet and he wants all measures taken to stop him getting it i'm flattered now load it in before i lose my cool oh you're gonna lose your cool all right the term the spider man then stop gawking and start throwing leg so da sind wir wieder ja wir sind spider-man sie reden noch eine halbe stunde hier und da ich glaube ich am besten wenn ich die aufnahme einfach unterbrechen würde weil ja ich finde es jetzt schon nervig dass ich diesen level nochmal machen muss jetzt wo ich ihn wieder so gut kenne und wieder weiß was ich machen muss naja egal weiter geht's ja redet redet macht schneller los ich hab auch nicht den ganzen tag zeit ja dieser spider-man was wir an dem ich mag eigentlich so verdeckte sachen ich habe splinter cell zum beispiel sehr sehr gerne gehabt das wie mag ich auch so we sind spider-man ich trau mich zwar gerade echt viel hier aber ja ich will es jetzt schneller machen weil ich den level schon mal gespielt habe vor 40 jahren also ich hatte eine aufnahme von 40 minuten das wäre ein paar folgen gewesen aber ja ja let's go get this open that's one of the train yard workers what's this all about what why are you doing this let's just say i don't want anyone sticking their web nose in my business so weiter geht's ähm ja was machen wir jetzt wir fangen die bösen leute wir hauen dem bösen pack kräftig auf den sack so den haben wir irgendwo hier war doch ja klar er sieht mich hinterm fass glaubst doch selbst nicht ja deswegen all die sachen die man zum aufwerten oder so braucht die habe ich jetzt leider schon aufgewertet weil ich denn der will ja für zweit spiele so oh die schauen wir lass die lass die zivilisten in ruhe ey los helf mach mich bitte die tür auf danke hallo ich bin die freundliche spinn aus der nachbarschaft und du es mir egal ob ihr mich sehen echt jetzt ich schlaufe einmal im kreis und schon sind sie blind ja die haben hier alle ein besonderer sensu sobald man das licht betritt merken die das sobald man das licht betritt merken die das Das kann ja aber nicht sein ey Letztes Mal ging das viel einfacher Ich hoffe auch dass ich jetzt nicht gestört werde mehr Bei dieser Aufnahme und ich mache in der Hälfte einen Schnitt Eine Pause Mal sehen Folge Hammernet Da ist er So Ich habe dich befreut Weil ich die freundliche Spinn aus der Nachbarstadt Spiderman 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 Oder so Kann alles was eine Spinn kann Auch 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 Ja Ja Er sieht mich Kann aber nichts damit anfangen Weil ich hier oben drauf sitz Ja 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 Attacke Ja 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 find him now can't let him get me dagegen sage ich jetzt mal nix aber wenn sie dich so sehen wenn es keine ahnung auf einer lampe sitzt über ihn echt wieso wieso sollen sie dich da bitte sehen don't tell me you haven't killed him yet he he's been tearing the place apart her free and the hostages ripping the gates up knocking out the guys that's so ja fahr du deine schwergeschütze auf du siehst mich eh nicht ich lauf über die er braucht er war auch ein schönheitschirurgen finde ich hat eine fresse zum ja auf gut deutsch ausgedrückt zum reinkacken auf die fresse hat er verdient nicht mehr nicht weniger und guten chirurgen er hat noch einmal die wahl aber ja ich muss jetzt ja ich muss jetzt eh warten bis er hier durch ist der kleine hammer hat und dann darf ich auch erst weiter hier machen weil ich will noch die spinne da oben holen sooo ach ja ich wollte die spinne eigentlich noch holen ups ja durch und neue gegner ähm ich sagte wo man sooo sooo ich habe wir dich kriegen wir auch keine angst los so ich habe auch die 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 So... Verdammt... Ich kann nicht glauben, dass er weg ist! Ich kann nicht glauben, dass er weg ist! Ich kann nicht glauben, dass er das ist! Ok, hier ist der Platz. No deepshutters! Und da ist der Platz! Und da ist der Platz für dich! Und da ist der Platz für dich! Haben wir... oh, an die Wand geklatscht! Eingewickelt! Wie ein Burrito! Hm, Menschen-Burrito! Mit Spinnen! Beben als Teig! Lecker! Ah ja... Da war er was... Diese Stelle mag ich nicht so... Los! 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 Schnapp den! Schnapp den! Ja, er schmerzt sich! Ups! So, dann noch ihn da! Nicht die Mauer hochklettern! Ich weiß, du bist ein Fassadenkletterer, aber lass es mal! Ich weiß, du bist ein Fassadenkletterer! Ich weiß, du bist ein Fassadenkletterer! Ich weiß, du bist ein Fassadenkletterer!